Hallo und herzlich willkommen zu deinem Jimmy Chill Baby Boomer Video. Wir zeigen dir, wie du garantiert deinen Baby Boomer kreierst. Trage nach einer gründlichen Vorbereitung und Schablonensätzen Light Elegance Tuck auf. Tuck ist ein wasserähnlicher Haftvermittler, der dünn auf den Naturnagel einmassiert wird und eine klebrige Oberfläche hinterlässt. Härte Tuck für 30 Sekunden in der Light Elegance LED Dot Plus Lampe aus. Verlängere den Nagel nun mit Jimmy Chill Boomer White. Boomer White ist das perfekte Weiß für einen Baby Boomer. Wir arbeiten sorgfältig mit der Pinselspitze die Verlängerung von einer Seite zur anderen. Und härten anschließend für 60 Sekunden in der Light Elegance Dot Lampe aus. Nun tragen wir eine zweite Schicht Jimmy Chill Boomer auf. Die erste dientet nur der Verlängerung. Jetzt kreieren wir quasi den sogenannten Übergang zum natürlichen Look. Hierzu verwenden wir die flache Pinselspitze und fäden das Boomer White bis zur Mitte des Nagelbetts ein. Und härten anschließend das Ganze für 60 Sekunden aus. Nun kreieren wir das Nagelbett mit Jimmy Chill Idle Pink. Hierzu kannst du die Schablone gerne entfernen. Wenn du dich sicherer fühlst, darfst du die Schablone auch gerne noch am Finger lassen. Jimmy Chill Idle Pink modellieren wir nun in einer dünnen Schicht über das Nagelbett. Arbeite hier sehr sorgfältig und präzise. Anschließend setzen wir eine kleine Kugel da ab, wo wir einen Apex haben möchten und verteilen mit der Pinselspitze das Gel über dem Nagelbett. Die weiße Spitze lassen wir dabei aus. Verblende nun Idle Pink über der weißen Spitze, zart und sanft, ohne Druck und härte für 60 Sekunden das Ganze in der Light Elegance Dot Lampe aus. Trage nun über den ganzen Nagel Jimmy Chill Soft Pink auf. Jimmy Chill Soft Pink verleiht dem Ganzen einfach einen natürlichen Look. Baue den Apex auf, um die Stabilität des Nagels zu gewährleisten. Ein Apex ist bei Jimmy Chill sehr wichtig. Anschließend für 60 Sekunden aushärten. Entferne nun die klebrige Schicht, auch gerne Schwitzschicht genannt, mit Cleanser und befeile den Nagel mit der Lexi-Line-Pfeile. Um die genauen Feilschritte zu sehen, kannst du gerne in unserer E-Learning-App mehr dazu erfahren. Reinige den Nagel mit Cleanser oder einer Staubbürste und versiegele ihn anschließend mit Super Shiny, unserem Top-Seller-Topcoat. Achte dabei, dass auch die Nagelspitze ummandelt wird. Härte das Ganze für 60 Sekunden aus. Nach dem Aushärten einen kleinen Moment warten und dann mit Light Elegance Cleanser und einer staubfreien Zellette abcleanern. Tada! Nun haben wir schon ein super tolles Ergebnis, das nun mit dem Light Elegance Pro Cuticle Oil gepflegt wird, dass die umliegende Haut und der Nagel natürlich an Pflege und Schönheit den ganzen Glanz haben. Ein wunderschöner Babyboomer mit Jimmy Chill, ganz einfach modelliert.